20 Jahre nach dem ersten Twingo bringt Renault eine völlig neue Twingo-Generation als Weltpremiere auf den Genfer Autosalon 2014. Der neue ist 10 cm kürzer, bietet laut Renault innen aber gleich 22 cm mehr Platz und kommt als Fünftürer. Völlig neu ist auch der Heckantrieb samt Miniewendekreis, eine Folge der Kooperation mit Smart. Der außen wie innen poppig gestylte Twingo ist mit Multimedia und Internet am neuesten Stand. Dank des umlegbaren Beifahrersitzes kann auch ordentlich eingeladen werden. Die verschiebbaren Rücksitze gibt es aber nicht mehr.